So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Zuerst die schlechte natürlich. Serpifoi wird einen Community Day bekommen. Und alle so, hä, was ist daran denn schlecht? Die gute Nachricht wäre dann, Raiquaza Raid Wochenende. Man könnte es aber auch rumdrehen und sagen, die gute Nachricht, Serpifoi bekommt einen Community Day. Und nicht Hut, Hut oder sonst was oder wie auch immer. Die Leute sind schon durchgedreht mit, wie heißt das, Froxy gab es auch schon ein Bild, ja. Also die gute Nachricht könnte auch sein, ein Serpifoi Community Day mit richtig krassen Boni. Und die schlechte Nachricht, Raiquaza Raid Wochenende und ich habe keine Ahnung, wie wir das wieder machen. Also ihr könnt euch theoretisch aussuchen, was jetzt gut ist, was schlecht ist. Ich möchte meinen Senf dazu abgeben, will darüber aber auch gleichzeitig informieren. Und ein, was mich auch heftig stutzig gemacht hat, ist in diesem Artikel von pogefans.net, ja. Meine Freunde von pogefans.net schreiben hier, Raiquaza erscheint in legendären Raids neben... Neben... Neben Borreos Tiergeistform. Kein Wunder, dass die Leute und Zuschauer und Abonnenten und, äh... Keinen Durchblick haben. Wann kommt Borreos? Bis wann ist Voltolos da? Die ganze Zeit, den ganzen Tag immer zu. Und jetzt steht hier einfach, Raiquaza erscheinen in legendären Raids neben Borreos Tiergeistform. So, Borreos ist aber noch bis nächste Woche Dienstag da, wird erst am Dienstag abgelöst. Ach, Borreos. Voltolos ist auch noch bis Dienstag da und wird am Dienstag erst abgelöst. Voltolos ist dann zwei ganze Wochen da gewesen. Borreos kommt dann zwei ganze Wochen. Und, damit sich der Kreis schließt, kommt Demeteros dann ganze zwei Wochen in der Tiergeistform. Der Raiquaza, day, das Wochenende, ist aber dieses Wochenende, Samstag und Sonntag. Das heißt, Voltolos ist noch da. Sie schreiben hier, Borreos, was geht? Äh, natürlich, Voltolos immer noch cool. Schade, dass man dann Voltolos links liegen lassen muss, weil alle auf Raiquaza gehen. Borreos ist dann da und braucht kein Mensch. An sich wäre es schlauer gewesen, neben Borreos Raiquaza anzubieten. An einem Wochenende mal. Weil Borreos halt wirklich gar nichts kann. Es ist so, es tut mir leid. Aber irgendwie habe ich heute gar kein Konzept hier drin, wie ich gerade sehe. Wir konzentrieren uns erstmal auf das eine. Wir gehen mal kurz zu dem Community Day. Okay, warum sage ich, das ist eine schlechte Nachricht. Alle Leute haben sich schon gefreut nach dem letzten Community Day. Auf den nächsten Community Day. Das ist ja immer so eine Sache. Ah, was wird der nächste sein? Was denkst du? Und alle sind gespannt. Und jetzt sind Bilder rumgegangen von Froxy. Und Leute haben sich beschwert. Ah, Froxy, bitte nicht. Blah, konnte ich nicht verstehen. Froxy ist ein Starter-Pokémon. Froxy ist ein relativ neues Pokémon. Froxy gibt es nicht als Shiny. Hätte komplett gut zum C-Day gepasst. Und wäre ein super Pokémon gewesen. Meiner Meinung nach auch. Auch die Weiterentwicklungen sind doch beliebt. Warum die Leute da bei Froxy irgendwie rumgehatet haben. Dann ist es in Bilder aufgetaucht von Hut, 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 die Eule. Gab es natürlich auch wieder Hate. Die Leute haben gesagt, hä? Also Kimi hat gesagt. Kimi hat gesagt, nein, das kann nicht die Eule sein. C-Day-Pokémon haben immer drei Stufen. Das hat nur zwei. Nur weil das bisher immer so war, dass das drei Stufen hatte, heißt das aber nicht, dass das immer so weitergehen muss. Wir kennen Niantic. Die haben ja auch immer abwechselnd Starter und was anderes. Starter und was anderes. Da müsste man ja sagen, der nächste C-Day muss wieder ein Starter sein. Muss nicht. Sie haben das Konzept geändert und haben einfach was ganz anderes gemacht. So kann auch dieses Konzept mit drei Stufen geändert werden. Und statt drei Stufen kommen dann eben Hut, Hut, in die C-Days. Und hat halt einfach nur zack und das war's. Hut, Hut hätte ich an sich gar nicht mal so schlimm gefunden. Wir wissen alle, es ist immer noch Corona. Wir können alle immer noch nicht so spielen, wie wir sonst spielen mit unseren Homies und allem drum und dran. Hut, Hut wäre jetzt kein nützliches Pokémon. Pokémon, aber es wären zwei neue Shinies gewesen. Und den meisten geht es am C-Day ja eigentlich darum, neue Shinies zu bekommen, die sie noch nicht haben, sonst was. Was mich bei Serpifoy am meisten stört, es gab erst vor kurzem ein Event, wo Serpifoy als Shiny eingeführt wurde. Man konnte es als Shiny bekommen. Die meisten haben auch ein Shiny bekommen. Und deswegen finde ich es so dumm, dass in so kurzer Zeit danach der Serpifoy C-Day kommt. Schilling hat ein Riesenvideo gemacht. Das Aus für Starter beim C-Day und sonst was oder keine Ahnung. Leute haben aufgeschrien, oh mein Gott, Serpifoy wird nie einen Community-Day bekommen. Ramses war ganz chillig und hat gesagt, Bullshit. Nur weil das jetzt als Shiny im Spiel ist, heißt das doch nicht, dass das kein C-Day mehr bekommen kann. Es ist ein Starter. Ich gehe 100% davon aus, dass das auch als C-Day trotzdem noch kommt. Bei vielen anderen Pokémon, Macholo zum Beispiel, Kabator, die wurden durch ein Event eingeführt als Shiny. Und dann gab es einen C-Day davon. War für die meisten dann halt nichts Neues. Aber Kabador und Macholo, sonst was, sind coole Pokémon. Mega Entwicklung bei Kabador am Start. Mega Garados, sonst was. Macholo an sich gutes Pokémon. Machomai, sonst wie Level 50. Richtig fette Sache. XL-Bombombs. Serpifoy ist in dem Sinn auf jeden Fall nützlicher als ein Hut-Hut. Und ich kann nur trotzdem nicht verstehen, warum man ein Event macht, es einführt. Wenn man sowieso kurz danach den C-Day macht, dann hättet ihr das doch beim Event einfach weglassen können. Dann wäre das für alle jetzt neu. Wieder ein Starter, zurück zu den Wurzeln. Back to the Roots. Heißt Roots Wurzeln? Ich weiß es nicht. Roots Wurzeln. Rote Beete? Root? Dings? Ich glaube, das ist, ja, zurück zur roten Beete, genau. Zurück zu den Beeten. Auf jeden Fall, das kritisiere ich sehr stark. Dass, also viele freuen sich. Aber ich hätte selbst jetzt in diesem Zusammenspiel Hut-Hut immer noch genialer gefunden. Weil es einfach zwei neue Shinies wären. Klar nicht, jeder hat Serpifoy bekommen als Shiny. Jetzt kriegt es sozusagen jeder gefühlt. Ansonsten bekommt es natürlich wieder seine Flora-Statue als Attacke. Es ist am Sonntag, dem 11. April. Das ist übrigens auch das WrestleMania-Wochenende. Da ist der Hannes da. Da bin ich mal gespannt. Weil normalerweise hätte ich das wieder gestreamt. Hier. Wenn der Hannes da ist. Mal gucken, ob der Hannes Bock hat, neben mir zu sitzen und zu streamen. Sinnlos. Sechs Stunden. Eigentlich muss man den ja komplett spielen. Es gibt ja Dreifach-Staub. Dreifach-Staub ist richtig heftig. Freut man sich natürlich. Gerade, wo ich letztens erst drei Millionen ausgegeben habe. Vielleicht, wenn Hannes da ist, sagen wir aber auch, wir spielen den C-Day, so wie er sein muss. Wir gehen in die Stadt. Wir laufen durch die Stadt. Wir laufen im Kreis, bis wir einen Drehwurm haben. Wir machen einen auf Cesaro. Und vielleicht auch so, mit Video. Mal wieder was anderes. Muss ich mal gucken. Dann kann man leider nicht so effektiv Staub farmen. Wenn nicht immerzu am Kamera raus, Handy an, Aufnahme an, Kamera an, Eis essen, noch eine Pizza reingezogen, fertig, zehn Bier trinken, dann wieder Kamera rein und alles. Also, wäre wahrscheinlich sinnvoller, einfach nur klickern zu lassen. Dann hat man auf jeden Fall mehr Staub gegönnt. Aber die Fakten kennt ihr nun also. Ein Starter ist zurück. Serp4 ist zurück. Wie findet ihr das? Habt ihr schon einen Shiny Serp4? Ja oder nein? Schreibt es mal in die Kommentare. Hättet ihr nicht wie ich vielleicht trotzdem Hut-to-Hut besser gefunden? Weil das eben ein neues Shiny wäre für alle. Das eben nicht für alle. Ansonsten ist es eigentlich klar, Pflanzen-Starter sind immer gerne gesehen. Gerade auch mit Flora-Statue. Und im Schnappschuss gibt es natürlich wieder diese besonderen fünf Begegnungen. Wer seine Schnappschuss-Medaille noch nicht voll hat, kann die noch voll machen. Dann gibt es wieder diese komische Box. Im Shop, die ich mir natürlich nicht hole. Was ich mir aber hole, ist für 99 Cent wieder die Spezialforschung. Rauch hält drei Stunden. Dreifach Fangstau. Wie die Shinies aussehen, wisst ihr ja. Das Ganze also am 11. April von 11 bis 17 Uhr. Ihr wisst, normalerweise drei Stunden Seeday, 11 bis 14. Aber wegen Corona eben sechs Stunden. Dass man eben zu Hause hauptsächlich mit Rauch arbeitet und nicht unbedingt draußen rumrennt. Was gibt es aber in dieser komischen Community-Day-Box? Eine Top-Lade-TM. 50 Hyperbälle. Vier Sternenstücke. Vier Moos-Lock-Module. Das einzigste Coole wäre die Top-Lade-TM. Aber 1280 Münzen für die Top-Lade-TM ausgeben, ist mir einfach zu viel. Vielleicht sollte ich doch einfach mal wieder aktiver GBL spielen, dass ich da immer mal eine bekomme. Das ist also der Seeday. Okay, was sagt ihr jetzt? Top oder Flop? Seeday. Ich hätte wie gesagt Hut-Hut besser gefunden, weil es ein neues Shiny ist. Das Starter. Okay, XL-Bomb-Moms vielleicht. Mal ein 100er auf Level 50 pushen. Irgendwas. Aber es triggert mich trotzdem so sehr, dass ganz kurz davor erst das Event war, wo das als Shiny eingeführt wurde und man direkt danach einen Seeday davon macht. Hat für mich gar keinen Sinn. Hätten sie jetzt den Feuerstar da reingepackt, dann wieder was anderes, dann den Wasserstar, dann wieder was anderes und dann trotzdem Serpi vorhin noch seinen Seeday gegeben, dann wäre wenigstens vier Monate noch Zeit dazwischen gewesen und die meisten hätten gar nicht mehr gewusst, dass es schon mal ein Event gab, wo das als Shiny da ist. Das also dazu. Und was jetzt noch wichtig ist, dieses Wochenende eben das Raid-Wochenende mit Rai Quasa. Was will man sagen? Eine Woche Rai Quasa wäre richtig overpowered. Jetzt ist es aber nur zwei Tage da. Man muss sich also beeilen. Hier in dem Artikel steht nicht viel, steht einfach nur der Zeitraum, genau. 27. März, 10 Uhr am Samstag. Ihr wisst also, 10 Uhr können die Eier erscheinen, ab 11 Uhr kann es schlüpfen. Ihr habt also von Samstag 11 Uhr Zeit bis Sonntag 20 Uhr Rai Quasa zu raiden. Wenn man jetzt wirklich, wie ich, mein Ziel wäre, ja, ich habe 200%ige Rai Quasa. Mein Ziel wäre, 296 XL Bonbons zu bekommen, damit ich mein 100% Rai Quasa auf Level 50 pushen kann. Das heißt, ich habe zwei Tage Zeit für circa 100 Rai Quasa Raids, die ich aber auch fangen muss. 100 Raids ist das eine, 100 fangen ist das andere. Jetzt habt ihr am Samstag müsste ich 50 Raids machen und am Sonntag müsste ich 50 Raids machen. Pass das, hau das hin, geh das. Natürlich gibt es Rai Quasa wieder als Shiny. Wer weiß, ob bei den 100 Rai Quasa Raids nicht nochmal ein 100er dabei ist oder ein 100er Shiny. Oder wie viele Shinys dabei sind, wir werden es sehen. Schreibt mal rein, habt ihr schon einen Rai Quasa? Habt ihr schon einen 100er Rai Quasa? Habt ihr schon einen Shiny Rai Quasa? Aber er schreibt einfach alles rein und er bekommt eine heftige Flugattacke, nämlich Orkan. Orkan besser als Aero Ass. Aber, ja gut, ich würde trotzdem meinen 100er pushen. Vielleicht mal über eine Top-Lade-TM dann. Aber ich glaube, den würde ich in erster Linie auch als Drachenangreifer nehmen und nicht jetzt unbedingt als Flugangreifer. Und je nachdem, was er später noch als Mega-Entwicklung bekommen kann oder noch kriegt. Attacke ist mir gerade erstmal nicht so wichtig da, Orkan. Hauptsache Bonbons, um das 100er hochzuziehen. Also ihr wisst Bescheid, Samstag, Sonntag, Rai Quasa in den Raids, kann Shiny sein. Heftiges Pokémon, ist aber gar nicht so schwer zu besiegen. Theoretisch haben wir damals schon, Bob und ich, 6x Moodle, 6x Mottel, wie auch immer das heißt. Also, 2 Mammu-Tel-Mammudel-Armeen haben das Rai Quasa einfach geplättet. Zack, zu zweit, auch Duo-Raid, kein Problem. Jetzt gibt es noch viele andere Alternativen, auch andere gute Pokémon, die man nutzen kann. Sonst wie Raids für Zuschauer, 5 Leute einladen, dürfte also ein lockeres Ding sein. Normalerweise wäre ich Samstag nicht da. Ich glaube, ich muss das jetzt aber ummodeln. Samstag wollte ich nämlich keinen Stream machen. Sonntag wollten wir das Holy-Festival streamen vielleicht. Rauch, zack, beim Holy-Festival. Aber lasst das weg. Rai Quasa ist da, Rai Quasa ist wichtig. Und ich werde versuchen, bei Raids für Zuschauer immer dann mal 4 Leute einzuladen, plus mich selber, dass ich eben einen Raid mitmachen kann. An der nächsten Arena mich auch wieder mitnehmen. Also die Freiheit nehme ich mir dann raus, dass ich mit euch zusammen auch dann diese Raids bestreite. Und gucke, dass ich 50 Raids an dem Tag schaffe. Das heißt, nach dem Stream werde ich natürlich weiter raiden. Die Nacht werde ich weiter raiden. In den Morgen, in den Früh, alles werde ich weiter raiden. Im nächsten Tag nochmal, in der Hoffnung auf meine 50 zu kommen. Und vielleicht können wir dann sogar das in einem Video noch zusammen hochpushen. Plan wäre also Samstag und Sonntag. Rai Quasa, Raids für Zuschauer. Plus ich selber auch mitmache. Klingt ja gut. Also Rai Quasa ist doch die gute Nachricht. Und Sampivor eben die schlechte Nachricht. Was steht hier noch dabei? Nichts weiter großartig. Steht nochmal hier Ortszeit, Details, was auch immer. In der Zukunft noch mega Rai Quasa. Wird auf jeden Fall dann besser, auch als alle Krypto-Drachen, die man so kriegen kann. Oder Krypto-Flugangreifer. Das die Infos. Mehr gibt es nicht. Also, was ist eure Meinung zum Serbifoy Community Day? Habt ihr schon ein Serbifoy Shiny? Oder habt ihr noch gar keins? Und freut euch deshalb mega über den Community Day? Und habt ihr schon ein Shiny Rai Quasa? Habt ihr schon ein gutes Rai Quasa? Habt ihr überhaupt schon ein Rai Quasa? Freut ihr euch auf Rates für Zuschauer? Samstag, Sonntag. Werden dann jedes Mal, glaube ich, von 11 bis 16 Uhr gehen. Muss ich mit Pupsi mal noch absprechen. Die wird mir was scheißen. Sie denkt nämlich, 8 bis 13 Uhr Samstag. Mach ruhig. Da bin ich eh nicht da. Aber wenn dann 11 bis 16 Uhr, da sitzt sie ja 3 Stunden hier und hat nichts zu tun. So geht es nämlich auch. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Schreibt es mal rein. Senf zum Rai Quasa und Senf zum Serbifoy. Genau. Heute Abend natürlich noch die Raidmania. Da könnt ihr wieder fleißig einladen für Voltolos. Vielleicht können wir noch das 100er holen und ihr könnt Raidmania Punkte sammeln. Ansonsten sehen wir uns dann morgen in einem Video. Morgen gibt es ein Gewinnspiel. Kann ich jetzt schon mal ankündigen. Und was es da genau gibt, das seht ihr morgen. Wie gesagt, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses.